Was ist eine Knochenmarknadel? Eine Knochenmarknadel ist ein Gerät, das bei Knochenmarktransplantaten verwendet wird, ein Verfahren, das in einer Reihe von Behandlungen für einige schwerwiegende Erkrankungen angewendet wird. Aplastische Anämie, einige Störungen des Immunsystems und Krebserkrankungen wie Morboshutkin und Leukämien werden manchmal mit Knochenmarktransplantaten behandelt. Der erste Schritt ist die Verwendung einer Knochenmarknadel, um das Knochenmark vom Spender zu entfernen, der in einigen Fällen auch der Patient sein kann. Eine Knochenmarknadel unterscheidet sich von anderen Nadeltypen in mehrfacher Hinsicht. Im Gegensatz zu vielen medizinischen Nadeln, von denen die meisten für Injektionen verwendet werden, wird eine Knochenmarksnadel verwendet, um etwas zu extrahieren. Diese Nadeln verfügen über Designmerkmale, die es Ihnen ermöglichen, diesen wichtigen medizinischen Eingriff durchzuführen. Erstens sind Knochenmarknadeln dicker als eine durchschnittliche Injektionsnadel, die normalerweise eine Dicke von 12 Gauge hat. Die meisten Injektionsnadeln sind kleiner, normalerweise mindestens 16 Gauge. Beide Nadeltypen werden mit Spritzen verwendet. Die Spritze, die mit einer Knochenmarknadel verwendet wird, hat normalerweise eine wesentlich größere Kapazität, da bis zu 2 Liter Knochenmark und Blut aus dem Spender oder Patienten entnommen werden könnten. Die Spritze für eine Knochenmarknadel wird normalerweise nach dem Einführen der Nadel angebracht, und nicht vor dem Einsetzen der Nadel. Knochenmarksnadeln haben normalerweise einen Griff, der sich von den anderen Nadeltypen stark unterscheidet. Es gibt verschiedene Designs von verschiedenen Herstellern, aber die meisten haben einen stabilen Griff, um dem Arzt den nötigen Griff und die Hebelkraft zu geben, die zum Drücken der Nadelspitze in den Knochen erforderlich sind. Die Nadeln haben auch einen speziellen herausnehmbaren inneren Teil, der als Trocher bezeichnet wird. Dies wird nach dem Einsetzen entfernt, um das Entfernen des Marks zu ermöglichen, ein Prozess, der als Knochenmarkaspiration bezeichnet wird. Manchmal muss eine kleine Menge Knochenmark für eine Probe entnommen werden, die als Biopsie bezeichnet wird, und für diesen Vorgang wird der gleiche Nadeltyp verwendet. Während einer Knochenmarkbiopsie wird der Trocher nicht entfernt und ein kleiner Knochen- und Knochenmarkkern wird in der Nadel eingeschlossen. Diese Probe wird dann für verschiedene medizinische Tests verwendet, deren Ergebnisse bei der Prüfung potenzieller Spender hilfreich sind.